Tachchen und Medde-Leute. Viele haben mich gestern darauf aufmerksam gemacht, dass der Drachi Kerberos parallel zum Medienprofi-Livestream gestern Abend bei Rocksaw im Live zu Gast war und ihm offensichtlich die Möglichkeit gegeben wurde, sich zu seinem Kauf in Rheinis Onlineshop zu äußern. Wir erinnern uns nochmal zurück, dass Rheini ja private Gaming-Sessions zum stolzen Preis von 50 Euro verkauft, im Anschluss aber vergessen hatte, den Discord-Rang zu verschleiern, so dass jedem klar war, wer dort etwas gekauft hat. Ich kann weder die Person noch seine Aussagen verifizieren, aber ich hoffe mal, dass Rocksaw da ausreichend recherchiert hat, so dass man sicher gehen kann, dass es sich hierbei um den echten User handelt. Das Original-Video ist verlinkt und wir hören jetzt mal in ein paar Ausschnitte hinein, die erklären sollen, wie eine Person, die Rheini angeblich erst seit drei Wochen kennt, auf die Idee kommt, ihm 50 Euro in den Rachen zu werfen. Bis vor drei Wochen ungefähr wusste ich gar nicht mal, dass Rainer existiert. Also diese ganze Waffe, die habe ich gar nicht gekannt. Und ich bin über Wilde, Borger und Solmecke auf ihm aufmerksam geworden, zwar im Laufe dieses Jahres, aber er hat mich eigentlich nur peripher tangiert. Also da war halt niemand und der hatte Schwierigkeiten und ja. Also und dann vor drei Wochen kam dieses Reaction-Video von Solmecke auf die Beleidigung und da habe ich gedacht, gut, er ist jetzt schon so oft aufgetaucht, was ist es? Und dann habe ich mal bei YouTube, bei Google angegeben und habe mir gedacht, was zur Hölle ist das? Ich meine, was ist das? Und das war völlig realitätsfremd. Also ich habe mir einige Videos angeguckt, wo ich mir gedacht habe, was geht ab? Und ja, dann habe ich TikTok verfolgt und habe mir gedacht, irgendwie, das ist, du musst dir vorstellen, wenn du diese Welt nicht kennst. Ich habe es meinen Kumpels gezeigt, die kannten es auch nicht. Die zwei Metaller aus der IT, die kannten es. Die haben aber auch wenig Aktien hier drin, die wussten nur, dass es existiert und ungefähr so grob. Und es hat mich einfach nicht losgelassen. Es hat mich nicht losgelassen, weil es eine Flut an Emotionen und Bildern auslöst, wenn man sich diese ganze Videodokumentation anguckt. Diese ganzen mitgeschnittenen Gespräche. Ja, gut, also wir halten fest. Bis vor drei Wochen kannte er den Medienprofi nicht, dann hat er das WBS-Video gesehen und danach fing der Wahnsinn an. Von uns kann sicherlich auch jeder Einzelne seine eigene Geschichte erzählen, wann und wie er ins Drachengame eingestiegen ist. Das erklärt jetzt aber natürlich noch nicht, wieso man dem Medienprofi 50 Euro spendet. Die Masse hat ihr, also ich verstehe, warum die Masse da ist. Das verstehe ich. Und ich verstehe auch hier auch, warum die, ja, die YouTuber Kritik äußern. Ich verstehe eure Position bis aufs letzte Detail. Ohne Spaß. Verstehe ich. Ich verstehe auch Reinhers Position. Ähm, und, aber trotzdem, ich wollte mir mein eigen... Inwiefern verstehst du Reinhers Position? Ähm, ich kann mir vorstellen, warum er so ist, wie er ist. Und deswegen verstehe ich ihn. Es heißt aber nicht per se, dass ich es gut finde. Ähm, das ist ein Unterschied. Ähm, als erstes auf den ersten Teil, das geht genau, weil so viele gegen einen sind. Und ich wollte mich selber überzeugen, ob das gerechtfertigt ist oder ungerechtfertigt ist. Und ich wollte mir meinen eigenen Eindruck von ihm machen. Gerade wegen dieser Masse, die auf einen Punkt fokussiert ist. Und, ähm, deswegen. So, jetzt kann man sagen, ich habe echtes Geld in die Hand genommen. Ja, ist so. Aber ich war so schockiert von diesem, diesem Game. Und da wollte ich später noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, das hat mich nicht losgelassen. Also ich konnte nachts nicht abschalten, weil ich es nicht verstanden habe. Was, was, wenn du die Videos kennst. Wir haben ja auch geredet gestern, ähm, wo du in die Schanze hoch bist, dieser Eindruck. Und diese Gelegenheit gab es jetzt nicht, ne? Also es gab jetzt nicht die Möglichkeit, nach Altschauerberg zu fahren und sich das live anzugucken. Und da muss man auch sagen, ähm, ich habe das jetzt nicht als Spende gesehen. Ich habe es gesehen wie Spritgeld, ne? Also du fährst ja dahin und verbrauchst ja auch Geld. Das ist ja auch weg, ne? Ja, ne, aber das ist schon was anderes. Das ist schon was anderes. Also das ist meine, ist meine Ansicht darauf. Ich habe, ähm, gar nicht den, den Hinterzweck, äh, also den, hm, die, die Spende an sich als, ähm, als Befürwortung gesehen. Sondern ich wollte wissen, ich wollte mir meinen eigenen Eindruck von ihm verschaffen in einem, ja, in einem Zweiergespräch. So, das muss ich jetzt auch erstmal grob einteilen. Zum ersten Teil. Wenn einen das Game nicht mehr loslässt und man nach einigen schlaflosen Nächten sagt, dass man Reinies Standpunkt verstehen kann, dann muss da jemand aber nochmal ganz gründlich die Grundlagen des Games durcharbeiten. Reinies Standpunkt ist nämlich nichts anderes als, ich will nicht arbeiten und die Hater sind schuld daran, dass ich nicht mit so wenig wie möglich Aufwand im Internet Geld verdienen kann. An diesem Standpunkt gibt es nichts zu verstehen, der ist einfach nur abzulehnen. Und Punkt Nummer zwei, und den hören wir ja auch oft von seinen ehemaligen Matchpartnern, ich will mir ein eigenes Bild machen. Sein eigenes Bild macht man sich aber nicht, indem man dem Träger 50 Euro zukommen lässt, denn im Zweifel verfälscht das nämlich seinen Umgang mit der spendenden Person. Ob das jetzt die Naivität von jemandem ist, der das Game noch nicht so gut kennt, oder vielleicht doch etwas anderes dahinter steckt, das kann man zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht sagen. Irgendwie? Also gab es danach nochmal Kontakt? Ja, es gab nach dem Spiel, habe ich mich morgens, das war ja das, wo er dann so lange online war, habe ich mich nochmal bei ihm gemeldet, ich habe gesagt, ich mache den Post und ich habe ihn auch im Vorfeld gegeben, ob das er sieht, dass ich es ehrlich meine, wenn er irgendwas zu beanstanden hätte, hätte er dann direkt Kritik an mir äußern können und wir hätten dann eine andere Formulierung gefunden oder sonst irgendwas. Also, du musst dir vorstellen, ich werde jetzt ein paar Streamer erwähnen, wie Ofenkäse zum Beispiel, ganz kurzer Einhaken bitte nochmal, ich habe es tatsächlich ernst gemeint, also dieses Brandmal der Schande hat mich wirklich amüsiert und ich habe herzhaft gelacht für die humoristische Fußnote, also wirklich, das war jetzt keine negative Kritik, ich habe es ernst gemeint. Aber da gab es einen Post von Ofenkäse in Bezug auf die Bild-Zeitung und da ist ein Satz gefallen oder im Dialog, ja, wir haben uns kurz beraten auf dem Autoren-Server, was wir der Bild-Zeitung antworten sollten. Und da habe ich mir gedacht, was zur Hölle ist das, ist das jetzt wie Jackass und Rainer ist involviert und das ist alles eigentlich ein Aufsatz, das ist das, was mich jetzt immer noch beschäftigt hat. Ähm, und ja, das habe ich gedacht, ist das jetzt ernst gemeint, da gibt es da wirklich einen Autoren-Server, wo sich die Leute überlegen, was für einen Content sie mit Rainer machen und der eine nimmt den Part und der andere das, das ist, das ist, das, boah. Wir müssen uns nochmal ins Gedächtnis rufen, dass dieser Mann angeblich erst seit drei Wochen im Game ist und schon was von einem Autoren-Server weiß. Oben habe ich euch übrigens jetzt mal eingeblendet, wie wir auf dem Autoren-Server arbeiten. Also insofern hat der gute Mann gar nicht mal so Unrecht mit seiner Vermutung. Hast du uns zum Team Winkler was zu sagen? Ähm, ja, ich überlege gerade nur, wie ich es sehr, sehr gut formuliere, oder zumindest. Ähm, es wird an Rainer gearbeitet durch das Team Winkler. Also die, sie äußern Kritik, sie versuchen, das tut mir jetzt leid, aber das ist das, was man mir gesagt hat im Gespräch. Und was jetzt dahinter steckt, welche Organisationen, Anwälte oder sonst irgendwas, äh, das kann ich leider nicht beantworten, weil erstens, ich habe es nie nachgefragt und man hat es mir auch nie zugetragen. Äh, der Content an sich ging halt hauptsächlich, ähm, in erster Linie um das Spiel. Wir haben Diablo gespielt. Ähm, genau. Ich bin, ich, ich habe ihn reden gelassen. Ähm, ich habe Fragen gestellt, ähm, ich bin auf Themen nicht eingegangen, die ich nicht wollte. Also ich habe ganz normal, ich habe keine Diskussion geführt. Eine Diskussion, ähm, wäre ein, ein, wo auch kritische Sachen kommen würden, sondern ich wollte einfach ihn so wahrnehmen, wie er ist und das habe ich gemacht. Also da muss ich ja gerade schon ein wenig lachen. Im Prinzip hat der Reini eine Stunde lang reden lassen und hat also gar keine kritischen Fragen gestellt, weil das ja dann eine Diskussion gewesen wäre. Also dann braucht man sich auch nicht wundern, dass man danach wieder rauskommt und sich denkt, dass das doch gar kein so schlechter Mensch sein kann. Äh, also er hat mir nicht sein Herz ausgeschüttet. Das, das hat er definitiv nicht. Ähm, aber, ähm, ähm, ich habe halt meinen, meinen Eindruck von ihm gekriegt. Also ich, ich habe vorher auch mit Moderatoren gesprochen, ähm, die mir ein bisschen Background-Informationen gegeben haben über den aktuellen Stand. Wie ist das, wie ist das abgelaufen? Also was, was wird dir da erzählt, der aktuelle Stand? Also sagen die, jo, äh, pass mal auf, das ist, das und das, das sehen jetzt Fragen oder das und das sagen wir nicht oder wie, wie läuft das ab? Ich habe gefragt, was darf ich fragen, was soll ich nicht fragen? Ähm, weil es mir fernliegt, ähm, irgendwelche Troll- oder Provokationsaktionen zu machen. Ich habe ja auch, ähm, das bei dir gefragt, ne, wie läuft's ab? Was, was kann ich fragen? Was, was wäre nicht gut? Ähm, um einfach die, die Rahmenbedingungen abzustecken. Ähm, genau, wie lief das ab? Also ich habe mich einfach vorgestellt, habe dann auch nochmal erklärt, wie ich ihn gefunden habe, was meine Absicht sind und dass ich dieses ganze Game als, äh, wirklich, ähm, heftig betrachte und ich mehr halt meinen eigenen Eindruck machen wollte. Und dann kamen sie halt schon von sich aus und haben mir erzählt, ähm, wie der aktuelle Stand ist. Ich möchte da gar nicht auch so tief mit reingehen, aber auf jeden Fall wird dran gearbeitet. Ähm, an ihm, er nimmt das auch an. Das, das, das kann ich sagen. Das ist das, äh, man hat, also man hat natürlich, das, man hat natürlich das Gefühl, dass, dass an ihm gearbeitet wird. Ähm, man merkt aber auch immer wieder, wenn das mal wieder so den aus den Händen glitscht. Ähm, Arnie fragt, ähm, was waren die Tabufragen und Themen? Also, äh, Tabufragen waren, ähm, der Standort, ähm, Tabufragen habe ich auch gesagt, ich möchte nichts in Bezug auf Sexualität wissen. Möchte ich nicht, wirklich nicht. Ähm, genau, ansonsten war eigentlich alles offen. Und bevor wir jetzt nochmal zurückgehen, ähm, ich habe ungewollt die erste Frage beantwortet gekriegt bekommen. Zumindest, oder es war vielleicht 4D-Schacht. Nur zu euch zur Information. Ah, gut. Ja. Ich würde mal sagen, dass wir es hierbei dann auch belassen. Viel gesagt, aber irgendwie auch nichts Richtiges und am Ende ist man genauso schlau wie vorher. Wer sich das ganze Interview angucken möchte, dem lege ich natürlich den Link unter dem Video ans Herz. Ob das jetzt ein Troll, ein ahnungsloser Mensch oder ein Journalist war, lässt sich nicht sagen. Merkwürdig finde ich irgendwie nur, dass er am Anfang so ein großes Interesse am Game hatte und er sich jetzt wieder zurückziehen möchte, als ob nichts gewesen wäre. Dazu kommt noch eine Menge fundiertes Fachwissen zu Hatern und Haterbegriffen und worüber genau geredet wurde, das war auch kein Thema. Gut, dann schließen wir dieses Kapitel mal wieder und gucken mal, was der Medienprofi heute Abend so vorbereitet hat und vor allem, ob er dieses Mal ausgeschlafen hat. Bis dahin, euch noch weiterhin einen schönen Montagabend und Mäde auf.